Hast du gut geschlafen? Ja, auf jeden Fall. War eine gute Nacht. Und wie geht's dir jetzt? Naja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wir warten noch auf Frühstück und dann gibt's wieder Plenum und dann geht's weiter. Hoffentlich dahin, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit hin wollen. In die Grube. Ich bin hier mit vielen tollen Menschen, weil hier die größte CO2-Quelle in Europa ist. Nämlich das Rheinische Braunkohle-Revier und die Kraftwerke. Und wir sind hier, um Braunkohle-Infrastruktur zu blockieren. Wir finden einen Kohleausstieg in 20 Jahren ist einfach nicht genug. Und deswegen wollen wir den Kohleausstieg selber machen jetzt. Ja, gestern war super, super Stimmung. Hat echt Spaß gemacht. Wir hatten natürlich einen sehr weiten Weg vom Camp bis hierher. Und deshalb, genau, sind wir hauptsächlich marschiert. Leider wurden wir auch eine Zeit lang blockiert, von der Polizei festgehalten. Aber genau, wir haben uns jetzt hier erreicht. Und von hier aus kann's halt weitergehen. Es hieß beim 17 Kilometer. Genau. Eben mit ein paar Stunden, die wir fest saßen. Guck mal. Räuf! Rab! Chainsorr. Drei mit. Were aus? Oh!